herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von dir wohl mit der beine 85 wieder und wuff hallo so ja wuff war unterwegs und hat bienenkorbe gefunden und ich habe maulbeeren gefunden sehr gut ich weiß wo ich verstanden bin ja mir fehlen immer noch die kakteen ja ja und der ripper stirbt und fliegt und stirbt und fliegt weil ja okay das ist weißen kupfer haben wir kupfer ja in der schmelzieren ding was brauche ich nicht kupfer sondern sondern für kabel 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 kupferkabel und kupferkabelplatte kupferkabelplatte ich muss noch einen hammer bauen ja okay so jetzt muss ich kurz warten glasfaser viel zu teuer das sei ja okay diese spende ist eindeutig nicht normal welche spende ja bei mir ist das ding nein geh weg dann guck dass er nicht tötet muss ich hab mal vor dem bogen jetzt endlich mal gebaut eisen 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 und stücke ok und der schild weiß ja wuff ist mit weinen und bogen doch ein bisschen besser dran ja ja höre überlebenschance eindeutig also ich habe die karte großteilig jetzt erkundet bis auf westen also im osten ist nichts im osten ist nichts da müssen nicht gucken so jetzt halt noch ein bisschen im nordwest im ost nee die karte ist verkehrt rum ganz nebenbei also ich war im westen ich war im westen und da war nichts jetzt fliege ich nach osten ich war im norden das sind so an die drei bis vier dörfer hintereinander vielleicht verkaufen die karte ich habe hier so ein mini dorf mit zwei einwohnern gefunden die ihr haus nicht mehr verlassen können weil so ein weiß nicht wie heißen mob hobbit kohle irgend sowas in der richtung ok so im osten ach da brauche ich auch noch einen seitenschneider da ist klar ja das ist ein bisschen aufwendiger so muss man wieder j drücken und dann sehen wo ich bin eins zwei drei also die biome sind schon vollziehlich aber vielseitig aber wüste ja ganz angestrebtes ziel so das heißt ich muss das da plus das da ergibt gleich das da können wir nicht irgendwie kaktus irgendwie zufällig züchten ne ich mein nein nicht schicken der will cheaten nein will ich nicht band ihn ihr wisst ja dass ich selbst damals bei take it light nee da hab ich immer alles weg geschmissen nach einer gewissen zeit aber er ist gecheatet naja aber weggeschmissen ob du es jetzt weggeschmissen oder nicht ist dann auch schon egal gecheatet oder ist gecheatet also im westen ist auch nichts oh shit ich kann die gar nicht anschließen oder wat ich versuch's mal da in der richtung nein ich kann die nicht verbinden mit stromkabbeln also die richtigen stromkabbeln ne die falschen ja anscheinend hä das check ich jetzt aber nicht ach das ist ok ich flieg mal am rande unserer insel entlang ja da geht nix jetzt fällt er nach unten nein die verbinden sich nicht gibt's auch nicht elme was wie sieht's bei dir aus so wüstentechnisch also ich find viel strand ja ich bin amina im übrigen wenn du nicht mehr unterwegs ohne anklagen ok das heisst plan zurück aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah weisst du scheiße wenn man sich nicht auskennt gell ja Ähm, mal wenigstens habe ich die graussteile der Karte jetzt schon erkundet. Uff, ja, das merke ich. Ja, das tut mir leid. Spürt mal ein bisschen. Ja, jetzt muss ich sowieso wieder kurz warten. Ähhhhh, nee, 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 nee. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ah, okay, mit Lava-Generaton geht das nicht. Flambus brauchen wir keinen mehr, ne? Also hier Zuckerrohr, ne? Ähh, doch. Lava haben wir Zuckerrohr. Gut, dann darfst du... naja, ich hab bloß keinen Platz mehr. Ähm... Ich hab nämlich eine Stahl-Axt jetzt gefunden. Das ist super, da brauchen wir. Mitnehmen. Stahl-Axt, sieben Stahl, ein Maulbeer, Busch. Okay, okay, das ist super, 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 super. Ähh, Schmärterie... Boah, warte ich jetzt gucken. Ähh, wo hast du eigentlich die Schmärterie hin? Wo... Ähh, die Schmärterie? Oder hast du die schon oben drauf gesetzt? Ne, noch nicht, ich hab... Ich bin nicht dazu gekommen, sie mitzunehmen, gebe ich jetzt ganz ehrlich zu. Was? Du lässt sowas Wertvolles zurück? Achja, ähh, Yoshi, ich hab hier noch Teerölflaschen. Was? Ja, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ja, ja, ja. Mitnehmen, mitnehmen. Okay, jetzt bin ich in einem Fichtenwald. Schön, dass ihr seht das und ich kommentier das auch noch, ist doch schön. Wuff, bist du das hier? Ich bin irgendwo... Irgendwo. Okay, dann ist es eine... wilde Fledermaus, okay. Irgendwie... Was passiert, wenn einen dieser Fake-Creeper trifft? Sagen wir es mal so. Echt? Äh... Irgendwie... Kurz ein bisschen Schwindel, und das war's. Irgendwas ist bei mir gerade absolut nicht in Ordnung. Na, warte... Kotzer Schwindel. Ich lange nicht. Kotzer Schwindel. Auf. Oh. Ja. Ne, was anderes. Ich bin jetzt absichtlich. Mal kurz... Ach so. Mal kurz relocken. Irgendwie... Irgendwas passt da gerade nicht. Sagen wir es mal so. Ich habe mich gerade irgendwie unterhalb der Erdschicht wiedergefunden. Und bin immer noch da. Und bin immer noch da. Kannst du den nicht rausbauen? Entschuldigung. Ne, ich bin unterhalb der... der... Endschicht. Weißt du, der... Grundschicht. Geil. Geil. Ich frag mich jetzt ernsthaft, wie zum Teufel bin ich hier hingekommen? Ja, das fragen wir uns alle. Wie tagtäglich. Nicht als der Creeper erwirbt? Äh, hier steht ein Dolich. Hat das... Hat das jemand hingestellt? Hier, das Ding? Der Kelch? Ja. Ja. Ja, den hab ich hingestellt. Ja, ja. Du, das gleiche hab ich mich vor zwei Folgen auch gefragt. Äh, die Auflösung kommt dann auch, was das ist. Das ist sehr interessant. Also, und ist es wichtig, dass es jetzt schon steht? Oder... Ja... So eine Reifezeit, so, oder... Was meinte ich? Einige Spiel aus der Welt. Okay. Geeta. Ja, aber jetzt ist ihre Sachen weg. War zum Glück eh nichts wichtiges dabei. Okay. Aber jetzt bist du wieder da. Ja. Ja. Ja, mal kurz schlafen. Ja. Äh, also wenn ich das jetzt richtig sehe, bin ich... Du solltest mal wieder zurückkommen. 1000 Kilometer, äh, 2000 Kilometer von euch entfernt. Ich drehe die Runde und... Ja, das wär nett, wenn's da wieder was zurückkommt jetzt. Ja, ich dreh die Runde noch zu Ende und dann... Warum liegst du eigentlich so im Bett? Bist du da auch? Aber die Bätter sind... Aber die Bätter sind... Das Bett ist belegt. Das Bett ist belegt. Das Bett ist belegt. Du brauchst zwei Bätter? Oh. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich kann nicht hin... ...legen. Hier ist ein Dorf. Du kannst nicht schlafen, du bist verwandelt. Wie? Ich bin nicht verwandelt. Ich bin doch schon wieder mein Yoshi. Prellbock. Oh, Yoshi? Ähm, brauchst du ne Walzmaschine? Ja, mitnehmen. Was haben wir denn da noch schönes? Boah, Schienen, ähm... Ah, diese Größenbehinderung, ey. Das nervt. Ähm, was schmeiß ich denn jetzt hier raus? Ach, du bist auch... ...und das, das, das... ...das... So, ich liege. Ja, hoch. Gut. Wieder Tag. Nein. Falsch. Ah, ne Spiele. Ah, ich brauch einen Thronebau, um das abzubauen. Was brauchst du? Äh, äh... Wie heißt das akutdeutsch? Ähm, ne Brechstange? Ja, also ne Motto. Warte mal kurz. I... Ach, Quatsch. E. Ah, die Falle. Tja, das müssen wir aber dann erstmal verschieben. Jo, also dann... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Doh. J